Musik 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 Wir behandeln auch Säuglinge, wenn sie anfangen mit einer Neurodermitis. Also wenn ein Kind drei Wochen alt ist und bekommt eine Neurodermitis oder ein Kind hat eine Dyspepsie, muss Sapsimplex und ähnliche Dinge nehmen, in Anführungsstrichen, muss für mich gar nicht, aber das wird üblicherweise verordnet, dann machen wir da schon eine Darmsanierung und sehen zu, dass wir die Besiedlung des Darmes ganz anders hinbekommen. Also bei den ganz Kleinen ist es so, dass wir was zur Darmsanierung geben, das 3 Symbiose Plus würde ich da eben empfehlen und das ist ein Spektrum von Dünndarmkeimen und Dickdarmkeimen in Kombination mit Vitaminen B5, B6, B12 und Folsäure und D3, Vitamin D3 ist auch mit drin und das kann man entweder mit ein bisschen Muttermilch anrühren oder man kann, und das dann auf dem Finger immer zum Nuckeln geben sozusagen, während des Stillens oder man kann diesen Brei, je nachdem, das muss nicht zu flüssig sein, immer auf die Brustwarze auftragen. Das Kind nimmt das sehr gerne, wenn es angelegt wird, das ist überhaupt kein Problem und bei den Kindern, die leider nicht an der Brust gefüttert werden, da kann man es eben in die normal temperierte, also 37, 40 Grad warme Flasche reingeben, einmal mit durchschütteln, dann nehmen die Kinder das sehr gut und gerade bei den Säuglingen ist es so, dass wir sagen können, 2, 3 Tage, 3 mal eine Kapsel, das ist auch interessant, die bekommen die gleiche Erwachsenendosis wie ein 70, 80-Jähriger oder ein 40, 50-Jähriger, weil sie viele Keime brauchen, um das System wieder in Gang zu bekommen. Wenn wir das 3, 4 Tage bei so einem Säugling machen, dann ist der Darm in der Regel in Ordnung und viele brauchen dann erstmal lange keine weitere Therapie. 1, 8 Tage bei so einem Säugling machen die viel schneller, bisLD. E nebenbei so einem Säugling gehen wir doch mal wieder raat prisons, Vielen Dank.